Sie wissen ja, Müll darf tief anschauen, ist so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Hallo liebe Fernsehzuschauer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem ersten Programm. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so wundern Sie sich nicht, wenn heute noch nicht alles perfekt läuft. 15 Jahre ist es diese Woche her, dass die Mülldorfer Marga GmbH nach monatelanger Vorbereitung eines der ersten Internet-Fernsehprogramme gestartet hat, Mülldorfer TV. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer, die Tatsache, dass Sie mich jetzt sehen können, zeigt mir, dass Sie die erste Hürde schon überwunden haben, die uns von einem normalen Fernsehprogramm unterscheidet. Mülldorfer TV gibt es nur im Internet. Natürlich waren viele Zuschauer anfangs neugierig zu sehen, was da entsteht. Zur Freude der Herausgeber stieß das neue Angebot bei offiziellen Stellen auf breites Interesse. Bürgermeister und Landrat gaben Mülldorfer TV schon im ersten Beitrag ihre besten Wünsche mit auf den Weg. Lassen Sie uns also nun gemeinsam in Mülldorfs Fernsehzukunft starten. Liebe Zuschauer, Information hat in der Demokratie eine besondere Bedeutung. Und in der Kommunalpolitik ist es besonders wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was passiert in der Stadt. Ich wünsche alles Gute. Ja, sehr geehrter Herr Pöllmann, meine sehr verehrten Zuschauer von dem neuen Mülldorfer TV-Projekt. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen und darf Ihnen natürlich, Herr Pöllmann, ganz herzlich gratulieren für diese Initiative, die Sie für unsere Region gebracht haben. Mülldorfer TV ist, glaube ich, eine ganz interessante Variante in den neuen elektronischen Medien, um unsere Region eigentlich sehr positiv darzustellen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur ersten Berichterstattung des neuen Mülldorfer TV aus dem Radarus der Stadt Neumarktsamfeld im Schloss Agelstein. Sehr geehrte Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Landratsamt Mülldorfer zur dritten Sendung des Mülldorfer TV. Ich freue mich, dass die Firma Merger GmbH unter der Leitung von Herrn Pöllmann uns seit Ostern via Internet eine neue Möglichkeit bietet, uns über wichtige Ereignisse und über Veranstaltungen aus dem Landkreis Mülldorfer, aus den Städten und Gemeinden zu informieren. Herzliches Dankeschön für das Zuschauen und Zuhören. Seither hat sich vieles verändert. Technisch und inhaltlich haben wir Mülldorfer TV ständig weiterentwickelt und modernisiert. Erst kamen 2007 die Nachrichten und die Bildergalerie dazu. 2010 erhielten wir eine Rundfunklizenz durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. 2012 erfolgte die Umstellung des Sendeformats von 4 zu 3 auf das moderne 16 zu 9, dann die Einführung des Angebots für Mobilgeräte. Und schließlich der größte Schritt 2017, die Umstellung von der traditionellen SD auf die hochauflösende Full HD Bildtechnik. Und seit 2020 der Ausbau der Livestreamtechnik, die gerade seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie fast täglich im Einsatz ist. Da alle Fernsehbeiträge seit 2006 in unserer Mediathek abrufbar sind, können Sie, liebe Zuschauer, heute auf eine Chronik mit fast 4000 Fernsehbeiträgen zugreifen. Es ist kaum möglich, alle Themenbereiche zu benennen, denen wir uns in den zurückliegenden 15 Jahren angenommen haben. Es ging sicher über Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Kirche weit hinaus. So haben wir einige unserer Freunde und Partner gebeten, uns ein kurzes Grußwort zu übermitteln. Zu diesen 15 Jahren, ich kann mich noch gut erinnern, das war natürlich gerade was Internet und auch was soziale Medien angeht, eine andere Zeit. Diese tägliche Nutzung von Facebook, von Instagram oder von anderen sozialen Medien hat es damals in dieser Form noch nicht gegeben. Das heißt, du warst damals, ihr warst damals schon auch Vorreiter in dem Bereich, dass man letztendlich auch das Internet nutzt, um bewegte Bilder zu kommunizieren. Und dass das der richtige Weg war, dass es ein erfolgreicher Weg war, sieht man ja daran, dass es sich immer noch gibt, dass du immer noch präsent bist, dass du immer noch berichtest über die Kommunalpolitik, über das gesellschaftliche Leben, über das kirchliche Leben momentan ja sehr intensiv. Und die Rückmeldung, die ich kriege, ist, dass die Leute gefällt, dass die Zuschauer nach wie vor da sind, die Nutzer nach wie vor da sind und dass es gut und wichtig ist, dass es so jemanden wie dich, wie euch gibt, die einfach über das öffentliche Leben bei uns im Landkreis berichten. Liebes Mühldorf TV, ganz herzlichen Glückwunsch zum 15-jährigen Jubiläum und macht's weiter so. Lieber Herr Pöllmann, ich gratuliere Ihnen und Mühldorf TV ganz, ganz herzlich zum 15-jährigen Sendejubiläum. Sie waren ja ein Pionier im Bereich des Internetfernsehens und ich möchte mich wirklich für Ihr großartiges Engagement über die vielen Jahre hinweg ganz, ganz herzlich bedanken. Und was mir immer besonders gefällt an Ihnen, dass Sie nicht nur mit sehr viel Sachverstand und Kompetenz an die Beiträge herangehen, die Sie gestalten und die Sie machen, sondern dass man Ihnen wirklich auch anmerkt, dass Sie mit Leidenschaft und mit dem Herzen dabei sind, wenn es darum geht, über Ihre Heimat und über die Ereignisse in Ihrer Heimat zu berichten. Liebes Mühldorf TV, sehr geehrter Herr Pöllmann, was in China, in den USA oder in Russland los ist, das erfahren wir mehrfach am Tag in den Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wer aber wissen will, was in Waldkreiburg, Mühldorf oder in Ampfing los ist, dem steht ein Fernsehprogramm zur Verfügung, in dem man sich regelmäßig informieren kann, was in unserer Heimat los ist. Und das schon seit 15 Jahren. Deswegen meine herzliche Gratulation, Mühldorf TV, zu seinem 15-jährigen Sendejubiläum. Und Ihnen, Herr Pöllmann, herzlichen Dank für Ihr Engagement, für die Medienvielfalt und für unsere regionale Fernsehberichterstattung. Alles Gute! 15 Jahre Mühldorf TV, das heißt 15 Jahre Nachrichten- und Berichterstattung über Ereignisse, die im Landkreis Mühldorf oder in der Stadt Mühldorf stattgefunden haben. Zu diesem besonderen Ereignis möchte ich Josef Pöllmann und seinem gesamten Team sehr herzlich gratulieren, Ihnen für die Arbeit danken und für die Zukunft alles Gute wünschen. Liebe Josef, gut, dass es die gibt, weil wenn es dich nicht gäbe, dann müsste man dich erfinden, das steht schon mal fest. Danke für die letzten 15 Jahre an dich und dein Team und mach's weiter so. Ich möchte dir und deinem Team recht herzlich gratulieren zum 15-jährigen Betriebsjubiläum Mühldorf TV. Bedanken darf ich mich bei dir für deine objektive und präsente Berichterstattung im Landkreis. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und vor allem bleibt gesund. Liebe Herr Pöllmann, zum Geburtstag 15 Jahre Mühldorf TV herzliche Glück- und Segenswünsche und einen aufrichtigen Dank für alle unkomplizierte Zusammenarbeit, gerade für die Übertragungen in der Corona-Pandemie, für die Übertragung der Gottesdienste, sage ich als Salisiener und auch Pfarrerbahnleiter von Aschau, Amen, herzlichen Dank. Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Alles Gute, behütet Sie Gott. Hallo Klaus, 15 Jahre Mühldorf TV, das ist doch eine beträchtliche, stolze Leistung. Hallo Uli, gerade so, als wären wir selber dabei gewesen. Eben, hochprofessionell, charmant, kompetent. Die haben's einfach technisch richtig drauf. Ja, und deshalb sagen wir ein herzliches Vergeltesgott für die super Zusammenarbeit. Und wünschen mindestens weitere 50 erfolgreiche Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum 15-jährigen Sendejubiläum überbringen wir aus dem beruflichen Schulzentrum in Mühldorf. Wir wünschen TV Mühldorf alles Gute und freuen uns auf die nächsten 15 Jahre mit vielen schönen Berichten. Lieber Josef, liebes Mühldorf TV Team, herzlichen Glückwunsch zum 15. Jubiläum. Toll, dass es euch gibt und dass ihr uns Schulen eine Plattform bietet, auf der wir uns immer wieder sehr gut präsentieren können. Ich gratuliere nochmals herzlich und wünsche für die nächsten mindestens 15 Jahre alles Gute. Liebe Mitarbeitende von Mühldorf TV, meinerseits rufe ich euch ein viel Glück und viel Segen zum 15-jährigen Sendejubiläum zu. Ich bin stolz auf euch. Ich muss mich begrenzen. Drei Dinge. Ihr macht eure Berichterstattung, besonders Sie, Herr Pöhlmann, immer mit ganz großem Herz. Ihr seid präsent in der ganzen Region, richtig toll und eine fundierte Berichterstattung in Kultur, Politik, Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft, alle Bereiche, Kirchen sind abgedeckt. Nochmals Kompliment, alles Gute, viel Glück und viel Segen. Wir vom Bildungszentrum Mühldorf-Altötting der Handwerkskammer gratulieren Mühldorf TV recht herzlich zum 15-jährigen Bestehen. Wir bedanken uns für die immer gute Zusammenarbeit und freuen uns schon auf die künftigen gemeinsamen Jahre. Mühldorf TV ist 15 Jahre alt. Die Caritas im Stadt- und Landkreis Mühldorf gratuliert herzlich. Wir danken für die gute Kooperation. Ihr habt es uns oft schon gut ins Bild gebracht. Bitte weiter so. Alles, alles Gute. Hallo Mühldorf TV. Das gesamte Team vom BRK Kreisverband Mühldorf wünscht euch alles, alles Gute zu eurem 15-jährigen Sendejubiläum. Macht weiter so. Hallo, liebes Mühldorf TV. Der Kunstverein in Salzach schickt euch die allerbesten Glückwünsche zu eurem 15-jährigen Jubiläum. Wir bedanken uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und für die vielen guten Beiträge, die ihr über uns schon gebracht habt. Wir hoffen natürlich auch auf viele weitere Beiträge über uns, aber auch über alles Interessante aus unserer Region. Also dann, macht's gut. Bis bald. Hallo, lieber Josef. Was wäre Mühldorf ohne Mühldorf TV? Schön, dass es dich gibt. Und ich gratuliere dir sehr herzlich zum 15. Jubiläum. Beste Grüße und bleibt gesund. Edi. Die Kreisverband Mühldorf TV gratuliert Mühldorf TV recht herzlich zum 15. Sendejubiläum. Und nun möchte ich mal kurz kurz an für die vielen Jahre der Videobegleitung, sowohl bei den lokalen Volksfesten als auch beim Stabbeerfest in Kreisverband. Und wünschen euch viele erfolgreiche Sendeminuten. Lieber Josef, die Theatergruppe Kreisverband gratuliert dir und deinen Mitarbeitern recht herzlich zu eurem 15. Sendejubiläum von Mühldorf TV. Wir hoffen, dass du uns auch in Zukunft noch recht häufig in der Remise bei unseren Theaterprojekten besuchst. Und jetzt wünschen wir dir alles Gute. Der Kulturschuppen Mühldorf wünscht alles Gute zum Jubiläum. Hallo Mühldorf TV. Herzliche Glückwünsche von der Schiebura zum 15-jährigen Sendejubiläum. Wir hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit und noch wunderbare, tolle Berichte und Sendungen von unseren Aufführungen in Zukunft. Servus, pfiat euch. Hallihala, Walburgia. 15 Jahre Mühldorf TV und natürlich lässt es sich die Erfaschungsgesellschaft Walburgia nicht nehmen, zu diesem Feiertag meine herzlichsten Gratulationen auszusprechen. 15 Jahre Mühldorf TV, 15 Jahre Zusammenarbeit mit uns, mit der Erfaschungsgesellschaft Walburgia. Vielen Dank für die wunderschöne Zeit und ich hoffe auf noch viele, viele, viele weitere wunderschöne Jahre, die mit euch folgen dürfen. Vielen Dank und nochmal herzliche Gratulation zu 15 Jahre Mühldorf TV. Lieber Seppi, ich darf dir ganz, ganz herzlich gratulieren, zu deinem 15-jährigen Jubiläum, 15 Jahre Mühldorf TV, sein Grund zu feiern. Ich möchte mich aber auch bedanken bei dir als Abteilungsleiter des FC Tügingen, wo du ja über Jahre hinweg schon die Berichterstattung der Fußballspiele magst hier in Tügingen. Aber auch als Wirtschaftsreferent der Stadt Tügingen darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben ja einige Aktionen gemacht, vor allem jetzt zur Corona-Pandemie und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir noch bedanken. Bleib gesund, mach weiter so. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Firma und ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele Jahre Mühldorf TV live sehen dürfen. Und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, Sepp. Liebes Mühldorf TV-Team, zu eurem 15-jährigen Jubiläum wünscht euch der VfL Walgräberg alles Gute. Herzlichen Dank für die tollen Berichte über die Sport-Events bei uns in der Region und wir hoffen, wir sehen uns auch in Zukunft noch ganz häufig bei Mühldorf TV. Lieber Sepp, liebes Mühldorf TV-Team, 15 Jahre regionales Fernsehen, teilweise auch überregionales Fernsehen, weshalb ich die Freude gehabt habe, mit euch schon diverse Projekte machen zu dürfen. Ich bin jedes Mal total begeistert mit welcher Euphorie und welchem Engagement ihr da dabei seid. Entsprechend freue ich mich auf die nächsten Projekte, die teilweise schon in der Pipeline stehen und wünsche euch das Aller, Allerbeste für die nächsten 15, 20, 25 Jahre. Und bleibt so, wird seid's und feiert's doch gescheit auf alle Fälle. Alles Gute von mir und von meinem und unserem Team. Servus. 15 Jahre Mühldorf TV, herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz besonderen Jubiläum. Seehofer oder Söder, das ist mir jetzt gleich, hat gesagt, dass wir in Bayern wie im Paradies leben und das kann ich nur bestätigen, wenn ich nämlich die Filmchen bei Mühldorf TV anschaue. Da wird ganz genau gesehen, wie paradiesisch es bei uns ist. Mühldorf TV ist ein exzellentes Tagebuch über alles, was für uns in Stadt und Landkreis von Bedeutung ist, ist und war. Es ist die Chronik über die wichtigen Ereignisse kritisch, mutig hinter gefragt und achtsam beschrieben und dabei stets respektvoll. Als Mühldorfer Abo-Chefin, schon wieder, verdanke ich Mühldorf TV zahlreiche Beiträge, die unsere Vereinschronik bereichern. Mich faszinieren alle Berichte, aber insbesondere sind es die kleinen Kunstwerke, die Berichte über Ausstellungen. Da kann man gar nicht feststellen, was ist schöner, das Gemälde, das Ausstellungspräsent oder die Präsentation durch Mühldorf TV, sprich den Herrn Josef Pöllmann, der für sich selber ein Künstler ist. Wir können uns glücklich schätzen, ein regionales Fernsehen von so hoher Qualität im Landkreis Mühldorf zu haben und persönlich schätze ich mich so glücklich, mit so wertvollen Menschen wie Romualda und Josef Pöllmann in Freundschaft verbunden sein zu dürfen. Für die Zukunft wünsche ich Mühldorf TV weiterhin viel Erfolg, Ausdauer, Mut, viele, viele innovative Ideen und zahlreiche zufriedene Zuschauerinnen und Zuseher in Mühldorf und auf der ganzen Welt. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Mühldorf TV wird 15 Jahre und ich gratuliere natürlich auch ganz herzlich. Macht's weiter so, viel Erfolg, eure Eva Luginger. Für uns ist das Jubiläum Grund zum Feiern und Ansporn weiterzumachen. Dieses Versprechen geben wir Ihnen, liebe Zuschauer, heute. Wir machen genauso weiter, weil Sie es uns wert sind.